Wir suchen ein neues Match in Europa. 8800 Spiele in der Playlist. So, dauert es jetzt ein bisschen länger. Die beiden das Match verlassen. So, ich bekomme einen neuen Partner an meine Seite. Yahoo, Do, Vi, Kai. Irgendwie kompliziert. Ich nenne ihn Yahoo. Wir spielen gegen Onkels Crew und Edwin. Gott sei Dank war ich da noch dran. So, die Richtung passt. Turbo. Nicht am Start. Och. Das war schon die erste Chance. Leider vergeben. Weg damit. Ach, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Schade. Gut, wer so viele Chancen vergibt. Der hat's vielleicht nicht anders verdient. Ganz knapp noch dran gewesen am Ball. So. Da ist er drin. Anschlusstreffer gelandet. Slowball. Reingedrückt. Das Ganze nochmal, bitte. Onkels Crew. Ach ja, nee. Nee. Das war Mist. Uiuiui. Yahoo. Gerettet. Hatter Kampf hier. Oh, das war nicht so gut. Aber da wäre Yahoo noch am Ball gewesen. Oder so. Uiuiui. Uiuiui. Schon wieder sehr knapp. Und drin. Schöne Vorarbeit meines Teamkollegens. Da war ich mir erst nicht sicher. Soll ich fahren? Aber. Pascht. Wir hüpfen ein bisschen. Tolles Spiel. Teamspiel. Guter Pass. Guter Schuss. Danke. Nicht sehr kommunikativ. Yahoo. Hatte auch nicht nötig. Macht ein gutes Spiel. Autsch. Angetäuscht. Abgefälscht. Noch gekriegt. Das ist auch so eine knappe Sache. Ja, immer. Oh, da hätte ich gar nicht so viel Gas geben brauchen. Schön. Der ist drin. Aber er wäre auch dran gewesen. Jo. So verteidigen ist auch nicht so meins. Wow. Der hat eine schöne Kurve gemacht. So. 28 Sekunden noch zu spielen. Und sie sieht durch Aufgabe. Acht Pünktchen gewonnen. 485 haben wir. Direkt ins nächste Match. Doppelt tatsächlich auch das Matchup, was ich am liebsten spiele. Strickkode. Strickkode. Mark. SM. Oder so. Verteidigt. Schaltet blitzschnell in den Angriffsmodus. Gibt mir eine Vorlage. und, äh, ja. Mutu Wan war am Ball dran. Wie, sind wir jetzt beide ran vorbeigefrungen? Da lässt sich doch was draus machen, dachte ich zumindest. Ja, das bescheuerte Bälle ist immer so ein Ja, meine Schuld. Ups, sorry. Aber noch fast vier Minuten Zeit, das aufzuholen. Ja, das ist ja, das ist doch, ja, das ist das ist Wie, sind wir schüttet? Ja, das ist ja, das ist das ist ja, das ist so, ja, das ist gerade etwas konzentriert wenn möglich würde ich das gerne gewinnen und drin ist er, super Vorlage, vielen Dank Mutu-Wahn und CrazySorg mit dem 8er Ping nicht so ein Holzmodem wie ich raus aus dem Tor was will ich denn hier gutes Teamplay, was hätte er auch ins Auge gehen können und drin ist er, guter Pass, danke so muss das dann laufen zwei Schüsse, zwei Tore ist auch nicht immer so muss ich ja sagen wie gesagt, verteidigen ist nicht mein Ding auch das Fliegen muss noch geübt werden aber es geht so langsam oh, was war da los sehr schön glaube, ja, okay daneben gehüpft der Kollege Gegner hier im schönen Stadion nachts um halb drei und da sei es nicht so, als wäre er drin nein und verdammt wow hätte ich mit rechnen müssen irgendwie habe ich auch kein Turbo und das sieht ja, hol ihn dir Tiger definitiv nicht sein Fehler ah, keine Chance da noch dran zu kommen 19 Sekunden da ist wirklich noch alles drin für das gegnerische Team zumindest in die Verlängerung zu kommen jetzt aber der Sieg 3 zu 2 schönes Spiel 493 Ranglistenpunkten 8 haben wir gewonnen Silber 1 nicht so tiny ja das ist das ist das ist es ist das ist